hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video hier bei uns auf dem kanal heute möchte ich einem jahrestag gedenken würde ich jetzt eher mal sagen weil feiern tun wir den sicherlich nicht denn tatsächlich ist es so dass heute vor zwei jahren ruby die diagnose cushing oder wie einige leute es auch nennen cushing bekam und ich wollte jetzt einfach mal die zeit so ein bisschen revue passieren lassen was in den zwei jahren mit dieser krankheit bei uns alles so passiert ist am anfang war das natürlich erst mal ein riesen schock für uns zumal wir uns einfach auch mit dieser krankheit absolut nicht auskannten also man hat es mal gehört gehabt aber was das genau ist was die bewirkt und welche symptome es gibt das war uns eigentlich einfach zu dem zeitpunkt nicht klar genauso wenig war uns klar was die nächsten jahre bringen werden und deshalb möchte ich wie gesagt einfach jetzt einmal darauf zurückkommen ich habe ja sonst am anfang relativ regelmäßig sogar updates gemacht aber nachdem sich der zustand hat einfach stabilisiert hat war es gott sei dank einfach auch nicht mehr nötig jeden monat ein update zu bringen und deshalb will ich jetzt einfach mal grob einmal zusammenfassen was passiert ist ich habe im januar 2016 dazu auch ein ausführliches video gemacht wie wir es bei ruby festgestellt haben also mit welchen symptomen der verdacht bei uns ja vorher vorkam im prinzip ich blende euch das video einfach oben ein das ist schon ein bisschen älter ist nicht die beste qualität aber auf jeden fall erfüllt es seinen zweck immer noch in kurzfassung kann ich aber einfach mal sagen welche symptome damals leider für diese krankheit gesprochen haben ruby hat nämlich unter anderem über den augen extreme fettpolster entwickelt er hat schon den sommer davor sehr sehr probleme mit dem fell wechsel gehabt dass er einfach das fell nicht los gelassen hat dass der fell wechsel bis in den sommer reingedauert hatte bis er dem winter das winter verlos bekommen hat wir mussten teilweise zwei bis drei mal im winter scheren einfach damit das fell runter kommt damit er nicht zu sehr schwitzt da sind wir auch schon mal nächsten thema ruby schwitzt generell sehr viel und sehr stark und sehr schnell auch aber das macht er schon seitdem ich den habe und ein weiteres symptom war halt einfach natürlich wie gesagt dass er schwitzt aber der schweiß der ist so klebrig klebrig grau getrocknet das war ganz komisch also man musste echt das war wie so eine kruste die sich dann gebildet hatte dann war es unter anderem dass er unheimlich viel getrunken hat viel gepinkelt hat auch in dem zusammenhang also wir mussten die box fast täglich neu einstreuen weil sie einfach nass bis was weiß ich wohin war und er war halt insbesondere extrem antriebslos matt und müde also er stand teilweise in der box weil er den aufgehalftert und er wollte die box einfach nicht verlassen selbst so beim laufen lassen hat man mit mühe und not ihn dazu bekommen dass er überhaupt mal ein paar schritte trabt und ja also das waren so die end symptome die sich quasi geäußert hatten bevor wir die diagnose halt dann auch schriftlich vom tierarzt hatten also wir mussten dann halt quasi ein blutwert ziehen lassen dass der sogenannte acth wert und der bestimmt dann halt einfach wie hoch dieser wert ist der sollte im normalbereich um die jahreszeit ich sag mal zwischen 30 und 40 liegen wir haben das halt wie gesagt im november machen lassen rubis wert lag bei 350 also wirklich extrem erhöht und daraufhin kamen wir auch leider nicht drum herum eben eine therapie mit medikamenten auch zu starten mit dem sogenannten pergolit oder beziehungsweise prasent wie es bei in der tiermedizin genannt wird so heißen die tabletten pergolit ist der inhaltsstoff und ja das medikament ist leider auch nicht so ohne das hat sehr starke nebenwirkungen also kann es zum vorschein bringen wie eben koliken auch appetitlosigkeit und sonstiges und bei ruby war es auch tatsächlich so wir haben am ersten tag die tablette gegeben und am zweiten tag lag er halt schon mit kolik mit schwerer kolik damals in der box also jetzt nicht schwer in der hinsicht dass er jetzt gott sein keine darmverschlingung oder sowas hatte aber er hat halt wirklich einfach man hat es ihm angemerkt bauchschmerzen ohne ende der lag flach er hat nur noch gestöhnt der wollte nicht mehr aufstehen also ja alles sehr unschön ich möchte euch jetzt auch noch mal ein paar bilder einblenden eben vom november 2015 nämlich am 20 november also es ist tatsächlich auf den tag genau zwei jahre her haben wir damals die diagnose bekommen und ich wollte halt eben den verlauf so ein bisschen in bilder festhalten ihr seht jetzt hier zum beispiel eine problematik eben mit dem fell was an den beinen noch sehr gut sichtbar war dass einfach dieses dieses fell sich auch angefangen hat zu locken irgendwann er hat extrem probleme auch mit angelaufenen beinen gehabt also ihr seht das eigentlich da braucht man nicht weiter zu viel sagen also er hatte probleme mit wassereinlagerungen die fettpolster aber den augen habe ich euch schon erwähnt und er bekam halt so ein hängebauch auch was wohl auch ein symptom davon ist dass einfach der bauch anfängt so durch zu hängen ja also das seht ihr anhand der bilder dass er halt wirklich nicht im optimalen schönen guten zustand damals war die tabletten die brauchen halt einen moment bis sie ihre wirkung zeigen man sagt so sechs bis zwölf wochen dauert das und keine vier wochen später mussten wir leider ruby dann im dezember 2015 vor weihnachten eine woche vor weihnachten in die klinik fahren weil er am ganzen körper anfing ödeme zu bilden also wassereinlagerungen und der tierarzt daraufhin den verdacht äußerte es könnte sich um organversagen handeln also haben wir dann vor weihnachten 2015 ruby in die klinik gefahren und ihn durchchecken lassen aber der verdacht hat sich gott sei dank nicht bestätigt es war anscheinend nur eine nebenwirkung von den medikamenten man weiß es einfach nicht ganz genau vielleicht ging es auch eben auch mit der krankheit zusammen das konnte man leider nicht mehr vollständig irgendwie rückverfolgen woher das genau kam in der zeit sind wir eigentlich überwiegend nur spazieren gewesen und ich habe immer laufen lassen weil das problem bei cashing ist halt auch einfach auch dass ich das sehr auf das bindegewebe der pferde auswirkt das heißt die sehnen bänder die ganzen strukturen werden eben schwächer und solange hat ruby mit diesem extrem hohen wert einfach noch nicht eingestellt war auf die tabletten mussten wir halt einfach langsamer machen weil es halt einfach ein sehr sehr großes risiko war dass eben da etwas passiert in dem bereich sehnen und bänder und da wiederum ist das problem eben bei pferden mit der krankheit dass sie einen sehr sehr schlechten heilungsprozess haben das heißt wenn jetzt hier was passiert wäre dann hätten wir halt zweimal dreimal so lange gebraucht wie ja normales gesundes pferd und damit wäre eigentlich im prinzip klar gewesen dass ruby auch nie wieder irgendwie reitbar oder sonstiges oder vielleicht sogar schlimmeres gewesen wäre und daher haben wir halt quasi piano gemacht und haben alles runtergefahren und sind dann glaube ich bis januar wirklich fast nur spazieren gewesen und wie gesagt bewegung wie er halt mochte im januar war es dann soweit da haben wir den ersten kontrollwert ziehen lassen im januar 2016 und er lag dann so um die 90 was schon mal gut war weil es unter 100 war aber halt immer noch weit weg vom idealwert aber wir haben dann halt angefangen wirklich auch langsam die bewegung wieder mit aufzunehmen und insgesamt hat einfach versucht wieder in schwung zu bekommen natürlich haben wir die komplette fütterung auch umgestellt gehabt in dem zusammenhang weil kasching pferde einfach getreidefrei und so zuckerfrei und stärkerarm wie möglich ernährt werden müssen das heißt ruby hatte ja ungefähr 13 jahre lang täglich nur hafer zu fressen bekommen das musste ich ihm jetzt in anführungszeichen wegnehmen also wir haben das angefangen zu reduzieren weil wenn ich jetzt das pferd von jetzt auf gleich komplett in der ernährung umstelle erst mal bringt es den stoffwechsel durcheinander der eh schon komplett durcheinander ist also es ist jetzt nicht gerade förderlich und das ganze der ganze darm der ganze magen darm bereich muss sich ja auf neue ernährung auch erst mal einstellen und daher ja ging es peu a peu das heißt wir haben das hafer runter gefahren haben dann getreidefreies müsli mit dazu gefüttert das war auch alles ein bisschen schwieriger weil ruby nicht so gerne alles gegessen hat also beziehungsweise hat immer ein anderthalb säcke gefressen und dann wollte das wieder nicht haben das hat auch ein bisschen länger gedauert bis wir da etwas gefunden hatten ja das ist immer so er war da ein bisschen speziell oder ist da auch immer noch sehr speziell was sein futter angeht dann ging es los mit der ersten koppelsaison das war auch ein großes thema wir haben vor der koppelsaison dann noch mal ein wert ziehen lassen im april noch mal ein kontrollwert und waren da ja ende 80er bereich irgendwo also es hatte sich jetzt zu januar hin nicht viel getan mir war der wert aber noch mal wichtig bevor es jetzt quasi eben auf die koppel geht weil wir uns eben für die koppel entschieden haben weil ich einfach gesagt habe ich kann dem pferd jetzt aufgrund der krankheit nicht alles weg nehmen ich kann ihn jetzt nicht deshalb in der box den ganzen tag einsperren nur wegen der krankheit weil das ist hängt in verbindung mit dem zucker im gras das ist eben nicht gut für diese pferde und gerade jetzt kasching pferde die auch zum beispiel hufrehe hatten was haben wir toi 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 ich klopfe mal hier in meinem schrank auf holz bisher nicht gehabt die problematik aber da ist halt einfach da kann das halt echt tödlich sein mit so einer wiese dadurch dass wir diese problematik nicht hatten habe ich mich eben dafür entschieden ruby auf jeden fall mit auf die wiese zu stellen ich habe aber halt extremst genau vorher angegrast also ich habe wirklich den ersten tag mit zwei minuten gras angefangen dann mit vier minuten dann mit sechs minuten und dann mit acht minuten und so weiter und so fort und das ganze habe ich über sechs wochen lang gesteigert jeden tag ich bin fast wahnsinnig geworden aber ich habe gedacht dass dem pferd tut es gut und deshalb machen wir das so und dann kam das die erste koppelsaison und ruby hat sich natürlich gefreut auch draußen zu stehen brauchen wir nicht drüber zu sprechen und er ist generell in diesem sommer 2016 deutlich mehr aufgeblüht und wurde wieder wacher und wurde auch wieder fitter insgesamt sieht man auch ich bin euch immer mal so zwischendrin bilder ein habt ihr ja gesehen dass er halt deutlich mehr abbau gebaut hat gut da gibt es diverse punkte für erstmal ist es tatsächlich auch ein begleitsymptom von dieser krankheit dass eben muskelabbau schneller passiert als bei gesunden pferden aber es hat auch einfach definitiv so ich meine wir haben ihn dann aus dem sport auch natürlich rausgenommen gehabt mit der krankheit weil das war für mich gar keine option dass dieses pferd dann noch mal irgendwie turnier laufen muss oder soll und daher war ruby natürlich auch nicht mehr im training und wenn ich ein sportler nach fast 13 jahren 14 jahren komplett einfach auf null runterfahren muss dann passiert eben dass der körper zerfällt im prinzip daher war mir das sehr wichtig dass wir ihn sehr schnell wieder daran bekommen dass er wieder in schwung kommt also dass er sich wieder bewegt weil einfach wer rastet der rostet und hätte ich ihn komplett rausgenommen wäre das schlimmer gewesen als wenn ich ihn halt wieder so dann auch im frühjahr sommer wieder angefangen hat anzutrainieren da habe ich auch länger auch mit zwei tierärzten sogar darüber gesprochen die auch der gleichen meinung waren er ist eben ein hochleistungssportler gewesen und den kann ich nicht von heute auf morgen einfach irgendwo an die seite stellen und sagen so vielen dank für deine arbeit und das war's zudem ist ruby einfach auch ein typ fährt der vom kopf her arbeiten will ich habe das gemerkt am anfang mussten wir natürlich langsam antrainieren das heißt wir sind viel außen rum in dehnungshaltung im schritt im trab im galopp und er langweilte sich zu tode das ist auch heute noch so er zeigt mir sehr genau eigentlich immer wie gut er drauf ist und wenn er wirklich noch gut drauf ist und da haben wir gott sei dank auch gerade in diesem jahr sehr sehr viele tage von gehabt dann legt er halt auch noch sein komplettes programm hin also dann geht er seine wechsel da geht seine pioretten natürlich ist das alles nicht mehr so wie es früher in der estressur sein musste es ist alles nicht mehr so gesetzt aber mein gott ich meine das pferd ist auch 21 der muss nicht mehr in perfekter versammlung auf den hinterfüßen laufen das muss er echt nicht mehr aber wir machen halt einfach das programm so wie er halt spaß hat und daran hat er tatsächlich auch immer noch spaß genau also nach dem sommer wie gesagt also ruby ging es zwar insgesamt sehr gut aber er baute halt körperlich schon stark ab womit wir dann halt auch im herbst 2016 winter 2016 an einem ersten sehr krassen tiefpunkt für mich angekommen sind ruby hat in dem jahr wir hatten im september ihn auf der pferdewaage mit 588 kilo ungefähr und er hat danach noch weiter abgebaut das heißt ruby hatte ungefähr in einem jahr über 150 kilo verloren er war natürlich jetzt auch nicht das super schlankste pferd vorher ja er hatte ein bisschen sehr viel auf den rippen das war ja immer ein problem mit gegen das wir gekämpft haben also ruby war eigentlich tatsächlich wirklich auf dauer diät auch wenn es mir immer nie einer geglaubt hat aber es ist so er neigte einfach dafür zu diese extremen ja fettpolster auch zu haben aber er hatte kein ems also kein metabolisches syndrom falls das irgendeiner sich jetzt fragt das haben wir damals extra auch testen lassen er war halt einfach so naja hat in specki hals er hat in specki bauch der war halt insgesamt einfach sehr viel typ und das war für mich natürlich erschreckend zu sehen dass das auf einmal alles verloren ging weil auf einmal hatte ich da im prinzip ein hempfling stehen und im winter hat man halt auch wirklich leider krass die ritten dann irgendwann gesehen was mir hat einfach im herzen weh getan hat jeder tierarzt oder jeden futterberater den ich gefragt habe der hat immer gesagt ganz ruhig für das alter und mit der krankheit sieht er echt gut aus aber das war halt einfach ein punkt das hat mir unheimlich sorgen gemacht bin ich ganz ehrlich und hat mich auch den ganzen winter über mit beschäftigt wenn man überlegt ja immer doch was kann man dem pferd vielleicht noch gutes tun was kann man machen und ja genau also wer kann insgesamt sagen 2016 war unser erstes jahr mit dieser krankheit ich habe es so schön am ende gesagt wir haben überlebt wir haben diese krankheit kennengelernt mit allen ihren facetten mit dem positiven sowie auch negativen es gab gute zeiten definitiv es gab auch leider sehr viel schlechte zeiten und damit komme ich jetzt eigentlich zum jahr 2017 unser zweites jahr eben mit dieser krankheit und wir gehen auch so ein bisschen darüber dass hat der anfang des jahres halt eben nicht so gut war was ich gemerkt habe einfach mit dieser krankheit ist herbst winter früher nicht rubys zeit also was es früher war weil es einfach kühl war weil er immer sehr frisch und sowas ist jetzt einfach dadurch dass dieser stoffwechsel in dieser zeit auf hochton arbeitet es ist nicht mehr seine jahreszeit da hatten wir jetzt auch gerade vor ein paar wochen problem da komme ich aber gleich noch mal drauf zurück ja also gleiches spiel von vorne wir haben natürlich immer die werte kontrollieren lassen auch wieder vor der koppelsaison lagen diesmal im hohen 70er bereich also es ist einfach ein bereich ja damit müssen wir leben wir werden ihn nie auf normalwert bekommen das wird nicht funktionieren das ist aber jetzt auch nicht so dramatisch solange eben halt einfach das pferd insgesamt einen guten eindruck macht und das macht er auch also er fing an im frühjahr sehr munter zu werden sehr wach zu werden also je mehr es auch auf diese koppelsaison zuging und ich habe dann im märz auch noch mal komplett die fütterung umgestellt also ende märz eigentlich so zum april hin das heißt ich bin komplett auf eine neue firma gewechselt weil es im winter auch so ein paar probleme gab er hatte über dem winter hin schlund verstopfung was überhaupt noch nie irgendwie ein thema bei diesem pferd war hatten wir insgesamt vier stück und er fraß halt immer weniger von dem futter auch und er ist da einfach nicht mehr dran gegangen und deshalb haben wir gesagt okay wir machen einen cut wir stellen komplett um und ich bin jetzt wie gesagt im april komplett auf marstall umgestiegen und bis heute doch hier toll 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 er frisst super gut und es tat ihm auch insgesamt irgendwie sehr gut das werdet ihr dann auf den kommenden bildern gleich auch noch mal sehen man sieht bei der koppelsaison eröffnung am ersten mai eben halt dass ruby zwar schon besser aussah aber dass die rippen halt immer noch krass zu sehen waren das war einfach immer noch was mir im herzen unheimlich weh getan hat weil ich eben das pferd nicht so kennen wie gesagt jeder außenstehende hat immer gesagt er sei froh und er sieht echt gut aus und selbst die sattlerin hat auch gesagt für die krankheit und alles ja aber es war halt einfach nicht etwas mit was ich mich zufrieden geben wollte weil ich einfach immer denke wenn ich rippen sie oder rippen zum vorschein kommen geht es dem pferd nicht gut weil zumal es ist ja nicht nur so dass sie wenn er mal kräftig geatmet hat dass sie dann zum vorschein kam oder man sagt immer so man soll sie fühlen ja man hat sie gefühlt aber man hat sie ja halt einfach deutlich gesehen also wie gesagt wir haben das komplette futter umgestellt haben da ein paar tage auch ein paar wochen eher gebraucht bis wir die optimale zusammenstellung hatten die koppel hat natürlich auch was dazu getan aber seit spätestens juni ist ruby in seinem zweiten frühling explodiert dieses jahr also es war wirklich total geil dieses pferd wurde so wach der war so motiviert der wollte arbeiten der hat gemacht und getan und ich glaube so dass höhe der höhepunkt der kam dann wirklich im september da war ich dann auch auf zwei lehrgängen noch mal einmal equikinetik und dual aktivierung und einmal dressur lehrgang und war dann im oktober auch noch mal bei einem trainingstag bei meinem alten reitlehrer und ihr seht anhand auch von der bild von den bildern der war einfach so geil drauf zu der zeit der sah sieht auch immer noch super aus er hat so aufgebaut über den sommer auch an muskulatur wieder wir hatten ja kurz vor september hatten wir den sattler wieder da die total begeistert war und sich gefreut hat dass sie den sattel wieder erweitern musste war ja eben an rück gerade an rücken muskulatur aufgebaut hat und die rippen waren nicht mehr zu sehen und also er war wirklich super 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 im schuss wir haben dann im oktober geschoren und das war für mich so ein punkt wo ich dachte so mal gucken weil es war halt eben das jahr davor so als wir diesen mega pelz abgemacht haben dass er halt einfach dann eben die krippen noch mehr zum vorschein kam und es war so ich habe so angesetzt beim ersten mal und dachte so ja man sieht die rippen nicht es war so mein innerlicher reichs parteitag ist jawoll dass der sommer hat sich super gelohnt insgesamt geht es ihnen auch einfach echt gut zur zeit also er hat ich meine das hat man auch gesehen gehabt relativ schnell damals diese fettpolster an den augen und so zurückgebildet und der hat nicht mehr so extrem probleme mit dem fell also so auch jetzt an den beiden also wie gesagt das erste bild von dem bein was ich euch eingeblendet habe wo das fell so gelockt war das ist wirklich zwei jahre her so sieht das heute nicht aus er hat ein ganz normales winterfell an den beinen was ja ein bisschen länger ist ja aber eben nicht mehr so extrem er hat keine probleme mit angelaufenen beinen also alles alles im grünen bereich einzig und allein ist es immer so ein thema das habe ich jetzt gemerkt mit der zeitumstellung tatsächlich also wenn die tage kürzer werden jetzt ist auch die koppelsaison bei uns hat auch vorbei da ist er halt immer noch sehr ja muffig ich habe vielleicht hat der ein oder andere auch auf instagram gelesen gehabt und post auch geschrieben habe wo ich gesagt habe ruby wirkte wie mit der allgemeinen situation unzufrieden also er war extrem giftig der war extrem und hatte keinen bock auf irgendwas der war so richtig richtig so nach dem motto lass mich in ruhe der war beim reiten und bei der bewegung echt motiviert also er war nicht faul und antriebslos oder so das eigentlich gar nicht der war halt nur insgesamt einfach so dass er eine phase hatte wo er sagte so lasst mich einfach alle in ruhe ich möchte mit euch nicht zu tun haben in der zeit hat er auch angefangen wieder nicht zu fressen also er hat sein heu gefressen ja aber nicht sein kraftfutter und dieses mal ich habe dann auch gleich mit marstahl gesprochen gehabt die haben ja noch ein zwei gute tipps gegeben dass zum beispiel auch mal kraftfutter mit ins mesh mischen kann weil das dafür ist dieses kraftfutter auch geeignet dass man zeit eben aufweichen kann das hat tatsächlich auch gut funktioniert allerdings nicht jeden tag aber so alle zwei drei tage ging das aber er ist halt an das normale kraftfutter nicht dran und dann habe ich halt gedacht okay wir machen jetzt nicht das was wir die letzten zwei jahre gemacht haben jedes mal wenn das pferd angefangen hat nicht zu fressen dass wir jetzt sagen wir probieren jetzt irgendwas neues und wir schütten noch das mit rein oder wir geben ihm ein anderes wüsli ich habe das einfach ausgesessen diesmal ich habe die portionen einfach von der menge drastisch reduziert als er hat zu jeder mahlzeit was zu essen bekommen ich habe das nur halt einfach irgendwann von den grammzahlen reduziert also 500 gramm kriegt er normal von einem von dem faser light und ich habe das drastisch auf 200 irgendwann runter gefahren weil ich halt einfach so viel futter weggeschmissen habe ich habe jeden zweiten tag eigentlich keinen kompletten futterdruck leer geräumt haben gesagt das sehe ich nicht ein also fahren wir das jetzt runter bieten ihm natürlich zu jeder mahlzeit was an und wenn er wieder anfängt zu fressen können wir es wieder hoch fahren dieses ganze prozedere inklusive der schlechten launen des pferdes hat genau zwei wochen gedauert und ich muss euch sagen es ist mir echt schwer gefallen dass auch zwei wochen durchzuziehen das ist wie bei einem kleinen kind das nicht essen will wurde am liebsten sagen wird nach das maul auf ich schiebe dir das rein fress jetzt endlich habe ich gedacht nein wir sitzen das ganze aus auch wenn dieser ganzen schlechten laune situation ich habe mich sehr gechillt in der zeit und habe einfach gedacht ist gut ja du darfst schlechte laune haben lass es nur nicht an mir aus unbedingt ja und das war jetzt genau zwei wochen lang hat das ganze gedauert und jetzt seit heute montag einer woche fast ja nicht ganz eine woche also seit letzter woche mittwoch wunder frisst er auf einmal sein futter wieder und zwar mit einem mega hunger das kam von heute auf morgen dass ich abends kam gucke in den trock rein und denke es ist ja alles leer und dann guckt er auch sofort weil er gesehen hat ich war im trock und kam und hat so die nase reingestreckt habe ich gesagt okay pass auf ich gehe dir jetzt noch mal eine portion holen damit ich habe ich noch mal müsli nachschub geholt habe ihm es hingehalten und er sofort ja essen und ich so hat der herr wieder hunger okay dann haben wir natürlich auch dementsprechend sofort die ration wieder hoch gesetzt und es ist jetzt so dass er jetzt seit fünf tagen ungefähr frisst er auch wieder normal ja er hat jetzt auch seine insgesamt seine laune ist viel besser geworden also er hat sich jetzt anscheinend mit der scheiß jahreszeit und mit dem blöden wetter das war kam ja auch noch dazu es hat eine woche in diesen zwei wochen hat eine woche echt ohne mist nur durchgeregnet jetzt hat er eine paddock box aber der herr geht im regen nicht raus er hat zwar eine regendecke an und alles ja aber er steht dann lieber eine woche und guckt auf seinen paddock raus trüb in den regen und denkt sich was denn shit da gehe ich nicht raus da werde ich ja nass anstatt halt einfach mal zumindest vielleicht das pöpöchen rauszustecken also nein er geht halt im regen nicht raus das heißt er hat auch eine woche quasi sein balkon nicht nutzen können und das fand er auch doof gut kann ich nichts dafür also ich meine wenn er nicht raus bildern ist das so aber das hat dann auch mal ja dann der regen war vorbei und das hat man gemerkt regen vorbei fährt raus ja also war halt insgesamt alles so ein bisschen blöd gelaufen in der zeit aber ich bin froh dass wir es jetzt überstanden haben ich habe ein bisschen angst gehabt weil ich halt ebenso innerlich auch dieses hatte dieses er sah jetzt echt endlich so gut aus mit seinem ganzen körperbau wieder und allem drum und dran und jetzt fängt er an nicht mehr zu fressen zu wollen ich dreh durch ja aber mal gucken also mal ein bisschen sieht man es tatsächlich schon aber ich hatte jetzt am freitag noch meine osteopathin mal wieder da die sich ihn angeguckt hat und war sehr lustig weil sie sagte egal was du machst mach genau weiter so weil mein pferd hatte sie behandelt ihn jetzt seitdem ich ihn habe das heißt bald seit 15 jahren und er hatte noch nie einen tag wo er nichts hatte bis auf freitag weil sie stand da und hat gesagt ich finde nichts der das pferd ist astrein im schuss dem geht es gut der sieht super aus der macht einen total wachen eindruck und das ist auch seit letzter woche die augen das strahlt alles wieder der ist da und guckt und der arbeitet auch das ist der absolute wahnsinn der rennt im moment so ungefähr um sein leben beim reiten also es ist echt total schön und ich hoffe so sehr dass wir das jetzt so ein bisschen mit über den winter nehmen können vielleicht so bis zum frühjahr da wird sicherlich noch mal ein einbruch kommen das bin ich jetzt mal ein bisschen darauf vorbereitet dass das passieren wird aber ich hoffe halt einfach dass er so ein bisschen diesen zustand wie wir uns das ganze jahr jetzt aufgebaut haben ein bisschen behält und ja das ist dann die nächsten jahr so toll weitergehen kann wie dieses jahr ich habe die krankheit immer noch nicht komplett verstanden und es ist auch manchmal so wenn man denkt man hat sie verstanden dann kommt immer wieder neues 40 irgendwo um die ecke wo man denkt verdammt das wusste ich jetzt so nicht oder das habe ich so nicht kalkuliert aber ich glaube so langsam kriegen wir das echt gut im griff man wir brauchten halt einfach auch moment um uns da rein zu friemeln um einfach zu verstehen was in dem pferd passiert und ja das einfach als update quasi auch für euch und so ein bisschen um zu zeigen was sich die letzten zwei jahre einfach getan hat ich hoffe das video hat euch gefallen und ihr habt ein paar eindrücke auch davon bekommen können ich würde mich sehr freuen wenn ihr dem video einfach einen daumen nach oben gebt denn dann ja sorgt ihr dafür dass das video öfters angezeigt wird bei auch bei anderen leuten und das vielleicht auch öfters angeklickt wird ich würde mich auf jeden fall sehr darüber freuen und ich sage schon mal bis zum nächsten mal denn in dieser woche noch ende dieser woche kommt das dritte video zum thema ausbildungsskala nämlich zum thema anlehnung und ich hoffe ihr seid da auch wieder dabei das bis dahin sag ich tschüss meine lieben